kobe baut nun richtige waggons für seine lokomotiven warum diese sets aber trotzdem zum kapitulieren sind und das sogar in zweifacher hinsicht das erfahrt ihr nach dem intro willkommen in der noppenklötzchen scheune mein name ist blogs da und freunde da steht er der wagen von compagnie das kubi set 6 291 1927 klemm bausteine werden diesen coolen wagen hier ergeben aber wir müssen über dieses set im allgemeinen sprechen denn kubi hat nicht nur diese version nämlich die vom 11 november 1918 herausgebracht sondern nein es gibt auch das set 6 289 vom 22 6 1940 über all das sprechen wir heute ich lade euch aber jetzt erstmal auf meinen bautisch ein dann schauen wir uns nämlich den inhalt dieses kartons genauer an heute findet karton besprechung virtuell in einem kleinen wald in nordfrankreich stadt beziehungsweise auf einer lichtung in diesem wald bei der stadt kompagnie wir bauen den berühmtesten salonwagen der welt das fahrende büro von marshall foch das kubi set 6 291 aus der historik collection great wall im maßstab 1 35 der erste richtige waggon für die kobe trains 1927 steinchen mit zwei geschichtsträchtigen minifiguren die absolut passend nämlich zum company wagen datiert auf dem 11 november 1918 wir schauen uns die rückseite dieses großen wagons an ich freue mich richtig wir sehen hier schon im hintergrund etwas in schwarz weiß gehaltenes design das passt ganz gut zum thema november 1918 und auf dem set sehen wir verdammt viele drucke und steine in holzmaserung natürlich und ich glaube das wird auf den ersten blick klar wenn wir über den company wagen vom november 1918 sprechen dann haben wir hier historische figuren den gerade schon erwähnten marschall ferdinand foch und matthias erzberger einen aus der delegation des deutschen kaiserreiches aber freunde wir besprechen hier den karton die fakten sehen wir gleich deswegen spart euch den blick auf die infokarten schön sind natürlich trotzdem hier die originalen schwarz weiß fotos aber alle fakten zum salonwagen bekommt ihr gleich beziehungsweise zur geschichte rund um den 11 november 1918 wir wollen unser set anschauen und sehen dass wir einen komplett eingerichteten waggon haben dass wir drehgestelle haben die wir auch wirklich drehen können und dass wir hier die dächer aufmachen können zum reinschauen bzw auch öffnenbare türen haben bzw abteiltüren das finde ich cool ja ich glaube man hat noch nie einen eisenbahnwaggon fliegen sehen das machen wir jetzt aber um in den karton zu schauen denn wir wollen ja wissen was für steine verbirgen sich in diesem set ja freunde da haben wir viele kubi tüten auf den bautisch und einige gleise die sich hier schon selbstständig machen wollten um genau zu sein haben wir hier fünf kubi gleis teile mit dieser typischen holz maserung und den löchern damit man diese wie richtige h0 eisenbahn gleise festschrauben könnte aber wer macht sowas schon die schönen kubi gleise die gefallen mir gehen an die seite sind wichtig ich habe euch gerade gesagt wir haben hier viele tüten um genau zu sein haben wir sechs kubi bautüten und wie natürlich bei diesem modell irgendwie schon klar war haben wir viele braune graue und schwarze steine sowie einige rote sehe ich hier und ganz wichtig in der kleinen tüte da haben wir auch diese besonderen historischen figuren generell sprechen wir später noch über dieses set und das schwester set denn das müssen wir auf jeden fall wichtig ist aber erstmal noch mal ein paar fakten zum set nämlich dass wir hier natürlich nur drucke haben keine aufkleber dass wir 1927 steinchen haben das ganze set ich wiederhole es gerne noch mal kommt im maßstab 1 zu 35 und ist ab elf jahren zu empfehlen zu bauen das würde ich auch sagen bei so einem großen wahrscheinlich detailreichen kubi set wo wir viele kleine stangen und auch kleine bolzen haben wir schauen mal in die anleitung und sehen sie ist pickepacke vollgepackt mit baustab deswegen haben wir auch nur eine das macht kubi in letzter zeit gerne also viel reinpacken und dafür nur eine anleitung wir fangen an mit der bautüte 1 da ist sie wir schauen uns zuerst natürlich noch mal an was haben wir hier für eine legende was für slopes was für wedges was für teils nehmen wir und dann bauen wir darauf los nachdem wir die tüte geöffnet haben die tüten ausgeleert und uns unser bausystem zurechtgelegt haben wie wir das wollen der erste baustab ist immer der total farbliche und dann ist immer der aktuelle der farbliche während der baustab davor dann ausgeentsättigt ist sagen wir es mal so mit der farbe hier haben wir so einen grau hellblau die feile weisen uns immer den weg und in diesen kleinen kästchen sehen wir welche steine wir brauchen zum klemmen es gibt kleine erläuterungen sieht man auch hier mit den bügelperlen applikator und dann arbeiten wir uns durch bis wir fertig werden mit dem set und schauen uns noch einmal an dass wir sehen dass wir auch anlegehilfen haben und nicht immer alle noppen zählen müssen das finde ich ganz gut und fertig sind wir dann mit den baustab 235 wo wir hier ein klein bolzen in eine einmal zweierteil klemmen und 234 sind hier unsere fünf gleise unten sehen wir dann immer die steine die in diesen set verbaut sind falls euch ein stein fehlt könnt ihr nämlich dann hier unten auf der kubi webseite monieren unter der unterseite service und wir haben eine kleine zusammenbau hilfe noch für die minifiguren und dann bekommen wir etwas werbung und da kann ich euch nur hier oben auf dem ihm eine kubi playlist ans herz legen denn ich habe alle verfügbaren kubi trains setzt schon gebaut außer die hier denn die kommt demnächst noch wenn ihr das im dezember schaut oder später als november dieses video 2024 dann gibt es auch auf dem hier oben wahrscheinlich ein review zu unserer br 03 aber freunde wir wollen jetzt nicht über zukünftige kubi sets reden wir wollen über die geschichte dieses kubi sets reden und deswegen wünsche ich euch viel spaß bei den fakten und mir wünsche ich ganz friedlich viel spaß beim klemmen liebe freunde speed bild zeit ist fakten zeit und natürlich sprechen wir über die historischen hintergründe heute in den fakten die dazu geführt haben dass es diesen wagen mit der historischen bedeutung gibt wir sprechen natürlich über die hintergründe des wagen von compigne am frühen morgen des 11 november des jahres 1918 ereignete sich ein ereignis das den lauf der weltgeschichte veränderte in einem abgelegenen waldstück nahe der französischen stadt compigne unterzeichneten die delegationen deutschlands und der entente mächte den waffenstillstand der das ende des ersten weltkriegs besiegelte der historische schauplatz war ein unscheinbarer eisenbahnwaggon der heute als der wagen von compigne bekannt ist im frühjahr des jahres 1918 startete die deutsche armee ihre letzte große offensive die sogenannte kaiserschlacht ziel war es die festgefahrene frontlinie an der westfront zu durchbrechen bevor die truppen der vereinigten staaten in großer zahl eintreffen konnten die offensive die am 21 märz begann war in mehrere teiloperationen unterteilt darunter mickel georget und blücherjork sie erzielte anfangs beeindruckende erfolge und die deutschen truppen drangen tief in feindliches gebiet vor doch die offensive hatte schwerwiegende schwächen die deutschen verluste waren enorm und es fehlte an nachschub sowie an frischen reserven der vorstoß stockte schließlich im sommer ohne einen entscheidenden sieg zu erringen gleichzeitig wuchsen die kräfte der alliierten da immer mehr amerikanische soldaten auf dem europäischen festland eintrafen auf die frühjahrsoffensive folgte eine mächtige gegenoffensive der alliierten die als 100 tageoffensive bekannt wurde ab dem august des jahres 1918 führten die truppen der entente unter der leitung von general ferdinand foch eine serie koordinierte angriffe entlang der gesamten westfront durch der beginn markierte die schlacht bei amiens am 8 august einem tag den die deutschen als schwarzer tag der deutschen armee bezeichneten die alliierten setzten auf eine neue taktik statt langwieriger artilleriebombardierungen nutzten sie überraschungsangriffe kombiniert mit panzern und flugzeugen dies führte zu schnellen durchbrüchen und zwang die deutschen truppen in den rückzug innerhalb weniger wochen brach die deutsche verteidigung zusammen und die entente konnte bedeutende geländegewinne verzeichnen bis zum herbst 1918 war die lage für das deutsche reich aussichtslos die versorgungslage an der heimatfront war katastrophal die truppen an der front demoralisiert und viele bündnispartner wie bulgarien und die osmanen hatten bereits kapituliert mit der abdankung von kaiser wilhelm dem zweiten am 9 november war der weg für die deutsche delegation frei um einen waffenstillstand auszuhandeln am 7 november überquerte eine deutsche delegation unter der leitung von matthias erzberger die frontlinie um in compiegne mit den alliierten zu verhandeln general bzw marschall ferdinand foch führte die delegation der unton die bedingungen der alliierten waren hart sie forderten den sofortigen rückzug deutscher truppen aus besetzten gebieten die entwaffnung großer teile des deutschen militärs und die übergabe von kriegsgerät am 11 november 1918 um 5 uhr 15 am morgen unterzeichneten die delegationen den waffenstillstand in einem eisenbahnwagon im wald von retondes etwa fünf kilometer nordöstlich von compiegne das abkommen trat sechs stunden später um 11 uhr in kraft dies führte zu der symbolträchtigen vorstellung vom elften tag des elften monats um 11 uhr der waggon selbst war ein speisewagen der französischen kompagnie des wagons litz der als mobiles hauptquartier von general foch diente er wurde durch die ereignisse zum symbol für den sieg der alliierten und die niederlage deutschlands der wagen von compiegne wurde später ein denkmal des sieges für frankreich während des zweiten weltkriegs wurde er jedoch von adolf hitler erneut zum schauplatz historischer ereignisse gemacht am 21 juni 1940 ließ er die französische kapitulation im gleichen waggon unterzeichnen um die demütigung deutschlands aus dem ersten weltkrieg symbolisch zu rächen der waggon wurde anschließend nach deutschland gebracht und im jahr 1945 zerstört heute erinnert eine nachbildung des wagons im wald von compiegne an die damaligen ereignisse das gelände ist eine gedenkstätte die an den frieden erinnert der aus dem leid des ersten weltkriegs hervor ging der 11 november 1916 markiert das ende eines der zerstörerischsten konflikte der menschheitsgeschichte doch er war auch der auftakt zu einer schwierigen nachkriegszeit die schließlich in den zweiten weltkrieg mündete dennoch bleibt der tag ein symbol für die hoffnung auf frieden und den willen der menschheit aus der vergangenheit zu lernen ja liebe freunde das waren die fakten zum fahrenden büro zum salonwagen von marschall foch der extra diesen ort die lichtung im wald von rendon des bei compiegne gewählt hat damit die deutsche delegation eine würdige umgebung hat um den waffenstillstand zu unterzeichnen ihr habt es vielleicht gemerkt ich bin kein französischer muttersprachler daher seht mir nach wenn ich die ein oder andere französische betonung falsch gesetzt habe wichtig ist aber der inhalt bzw die fakten und deswegen springen wir auch gleich rein in das klemmerstein review in denen wir uns das set 6291 anschauen und das set 6289 besprechen viel spaß dabei liebe freunde fünf stunden und 17 minuten hat es bei mir gedauert bis ich die 1927 steinchen zusammengebaut habe für das kubi set 6291 den compenny wagen vom 11 november 1918 es gibt ein schwester set ich habe es euch gezeigt auf den infokarten das set 6289 mit 2000 und ein steinchen und anderen minifiguren mit general vegan und einen gewissen herrn keitel und dieser herr keitel war der grund warum ich mich für das set 6291 entschieden habe obwohl und das möchte ich hier betonen ich es eigentlich eine sauerei finde dass beides jetzt gleich viel kosten bei kobe aber ich bei dem z mit dem herren der in nürnberg verurteilt wurde quasi sogar noch mit fast hochgerechnet 100 steinchen belohnt werde denn dieses hat ja ähnlich wie zum beispiel hier meine bj 52 ich reiche sie mal kurz ins bild ihr kennt sie vielleicht habe ich euch gezeigt auf meinem kanal schon dieses set nämlich die 6289 hat auch so hier eine sonne und gleis bett gebaut ähnlich wie hier die bj 52 ich blende es euch auch noch mal über und ich finde schon echt verwerflich dass kubi hier zwei sets zum gleichen preis anbietet während das eine das harmlosere ist und das andere einen ja in nürnberg verurteilten verbrecher enthält das finde ich irgendwie etwas komisch ist nur meine meinung kann jeder halten wie er will ich finde es von kubi hier schon fast ein bisschen frech bzw ja weiß ich nicht ob die mein geschichtsbuch geguckt haben wichtiger wäre vielleicht dieser wagen hier gewesen in der version vom 11 november 1918 aber hey deswegen mache ich solche videos ja auch damit vielleicht auch mal bei kobe einer zuhört und die gewichtung anders liegt denn dieser wagen ist der in der version vielleicht geschichtsträchtigere als der ein paar jahre später vom 22 6 1940 ich möchte aber mit euch wirklich hier über diesen wagons sprechen also den ersten step den er in der geschichte hinterlassen hat als wagen in dem der waffenstillstand des ersten welches unterzeichnet wurde eben am 11 november 1918 ihr habt es gerade bei den fakten gehört faktisch endete dann dieser konflikt dort aber de jure erst ein paar jahre später mit den unterzeichnungen der diversen friedensverträge kommen wir kurz zu den wagons noch das ist ein ciwl tegholz wagen der erst ein speisewagen war der lustiger weise 1914 gebaut wurde in saint denis 21 wagen dieser sorte wurden gebaut später wurde er hat dann so ein salonwagen umgebaut und wurde dann bestandteil des zuges von herrn marschall hoch über den wir auch gleich noch sprechen werden das nur so am rande und das erklärt vielleicht auch warum wir hier so einen schönen dunklen wagen haben weil wir hier halt tegholz haben beziehungsweise soll es tegholz auch darstellen ihr kennt es ich weiß gar nicht ob man tegholz oder tegholz sagt und ganz ehrlich ich weiß auch gar nicht ob das nur in verbaut wurde aber ich würde es mal so interpretieren ihr zug enthusiasten da draußen schreibt mir bitte alles was ich hier falsch betone falsch sage gerne unten in die kommentare ich gebe mir mühe das thema fasziniert mich ungemein aber ich bin halt nicht so deep da drin wie ihr da sieht es bei mir bei flugzeugen und schiffen dann schon wieder ganz anders aus und auch bei den fahrzeugen mit ketten aber ich möchte mit euch über dieses set sprechen auch über die anleitung denn wir haben eine sache die häufig vorkommt nämlich dass wir ganz viele sachen ja mehrfach machen also wenn wir mal hier das grundgerüst uns ansehen also wieder querliegend wie wir es wieder den großen kubi autos kennen oder halt auch jetzt bei den lokomotiven dass wir ganz oft ganz lange hier immer das gleiche bauen nur immer mal wieder ja asymmetrisch versetzt hier mit vielen brackets bauen wir das untergerüst des wagons hier seht ihr es dann auch und da und da bauen wir dann steine drauf und diese steine hier zum beispiel die wir hier sehen ab dem bau step 27 die sind über das sind bauhilfen damit wir das grundgerüst des wagons des wagons auflegen können lange bevor wir das drehgestell bauen weil man sieht hier zapfen die drehgestelle kommen erst später und das sind die steine und deswegen wollte euch das zeigen die kobe uns hier beigelegt die wir über haben vier plates und zwei teils die halt bauhilfen sind das wird immer ganz gut extra steine sind nie verkehrt und ja sonst haben nämlich wirklich nur so ein paar kleine stäbchen das typische kubi mercedes zeichen warum es halt wieso zeige ich euch gleich und eine bügel perle und ein paar bolzen das haben wir bei diesen 1927 steinchen dabei aber leider kein besonderes gleisbett oder plakette naja kubi 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 dann wird es eigentlich ja nicht langweilig aber dann bauen wir ganz lange auf dasselbe nämlich hier die innen richtung die ganz cool für die zeige euch gleich und dann geht es irgendwann außen an die paneele und an die türen hier also es ist vom lesen der anleitung her abwechungsreich aber sonst bauen wir eigentlich relativ ja ganz oft dasselbe was ich aber nicht schlimm finde ich hier zum beispiel diese paneele die wir hier draußen dran bauen der bau hat somit richtig spaß gemacht ich würde sogar fast behaupten dass hier diese elf jahre alte empfehlung vielleicht sogar wirklich ja zu hoch gegriffen sind wobei wir halt viele kleinteile haben und ich dann vielleicht die elf jahre auch wieder ganz in ordnung finde ja schauen wir uns jetzt mal die figuren an hier haben wir herrn erzberger richtig schön gelungen schön bedruckt schöner zivilist mit dieser typischen brille wir haben hier wahrscheinlich den friedensvertrag auf einer fliese natürlich viel größer als die figur aber ich finde es gut beziehungsweise nicht den friedensvertrag sondern den waffenstillstandsvertrag nennen wir es mal so und ein schöner schwarzer drei reihe glaube ich heißt es wenn man drei reihen von knöpfen hat sowie dann hier graue schüchen und eine typische mittelscheidefigur der damaligen zeit da fällt mir der vertrag aus der hand beziehungsweise den herrn erzberger ich lege es an die seite und dann haben wir hier den erstgeneral und dann marschall mit dieser typischen französischen mütze den kepi und dann dieser uniform mit dem gürtel drüber und ich habe nur ein paar schwarz weiß fotos gesehen aber daher sah wirklich fast genauso aus finde ich gut gut gelungen hier diese figur von kubi kubi hat ja ein bisschen erfahrung schon mit den drucken von französischen figuren finde ich gut was ich nicht so gut finde ist dass man hier die angusspunkte so an der figur so markant sieht trotzdem schön dass wir hier eine figur haben die beidseitig bedruckt ist und drucke sind ja hier das stichwort weil auch unser wagen unser waggon die ganze zeit irgendwo druck gehabt hier draußen natürlich steht kampagne international de wagons liest ed grand express europäisch keine ahnung wie gesagt mein französisch ist nicht so gut und wir haben hier auch noch ein schön bedrucktes emblem mit eichenlaub und gold und zwei löwen irgendwie so ich zeige es euch gleich noch das kommt leider nicht ganz so gut durch weil wir hier ja überall maserungssteine haben was aber klasse ist und wir haben das finde ich nicht so gut aber es geht vielleicht nicht anders bedruckte fenster wir schauen uns das gleich alles im detail an ganz wichtig nur glaube ich für eisenbahn enthusiasten ist immer fährt dieser waggon auch durch kurven und kubi hat ja nun mal kurven mit er 88 radios und ich kann immer zeigen durch die drehgestelle hier da er fährt ganz locker ganz gut durch kurven ich zeigte man da mit dem drehgestell richtig gut ich nehme den waggon das ist mir gerade entgleist weil ich ihn schon ein paar mal runter genommen habe hier mal runter weil ich ihn euch jetzt natürlich im detail zeigen möchte ich wollte euch nur einmal die kurvengängigkeit demonstrieren das set ist ein ganz großer klotz es wiegt 1,5 kilo ich habe das hier ausgerechnet das mache ich immer bei euch jetzt mittlerweile auf die 100 gramm runter ich glaube dafür immer die kuchen war gemein nach freundin nimmt es mit humor alles gut ist halt ganz lustig wenn ich ihr das beim backen wegnehmen und sage ich müsste mal ganz kurz ein panzer oder einen zug drauf stellen aber hey so läuft das geben und nehmen beziehungsweise geben und wiegen ja also hier die drucken auch schön die fenster die teilweise bedruckten nämlich hier haben wir braune stege auf den fenstern bedruckt dann hier die gedruckten fenster und auf der rückseite dann natürlich das gleiche da haben wir dann auch die schriften gespiegelt und da zeige ich euch noch mal hier das gedruckte fenster dann hier die ganzen vielen steine mit der holzmaserung und dann die drucke sowie hier das emblem das sage ich euch ja dass es hier so ein bisschen aussieht wie abgegriffen aber ich denke mal es ist etwas schwierig so etwas auf diese gemaserten steine zu drucken und dann die bedruckten steine und hier auch wieder die druckten fenster das finde ich richtig klasse beziehungsweise die angedruckten stege der fenster und da haben wir die bedruckten fenster die bedruckten fenster finde ich jetzt nicht ganz so klasse so meinte ich das dann schön hier den übergang von abteil zu abteil möchte man sagen also schön gebaute türen und dann von unten und was ich auch gut finde sind hier diese gebauten treppen diese bissel wie stützen aussehen das gefällt mir und auch generell die drehgestelle die gefallen mir auch sehr gut sehr massiv und schaut immer von unten hier wie schwarz das alles daherkommt und schwarz nimmt natürlich immer ganz gerne ja die patsche fötchen an also die abdrücke sieht man bleibt ja nicht aus und was ich auch ganz gut finde ist dass ich das ja zusammendrücken von stänken hier anders als bei den lokomotiven zum beispiel in grenzen hält hier diese strebung ist ganz easy zu bauen hat sogar spaß gemacht und gibt den wagon auch wirklich ein bisschen ja flair eines wagons aber ganz wichtig ist ja was ist in dem wagon drin denn ich habe es euch ja gezeigt dass man das gebaut hat und das gute ist ihr seht schon hier ich habe schon ein paar mal offen gab deswegen ist etwas lockerer kann man in diese kleinen lücken fassen und dann kann man die dächer abnehmen die auch massiv gebaut sind wie gesagt und das möchte ich auch betonen wer 200 euro über hat oder fast 200 euro und viele kubisteine brauche andere projekte der sollte hier zuschlagen aber nur der das über hat weil ich finde den preis schon etwas habe ich aber ich denke es gibt den ein oder anderen lokomotiven zug enthusiasten der so ein waggon bestimmt umbauen möchte und auch hier wieder massiv gebaut schöne details mit diesen lüftung schlitzen hier ganz besonders oben drauf nochmal finde ich gut und auch massiv gebaut das erklärt das gewicht und ja jetzt schauen wir in den wagen rein und sehen halt dass wir der kubi sitze haben also wir können da wirklich figuren rein drücken mit etwas fingerfertigkeit wir haben ja wirklich ein eigenes abteil ich denke meine sprachstube beziehungsweise eine schreibstube vielmehr so dann hier vorne roten teppich wir haben hier vielleicht so dass eine zigarre sein oder vielleicht auch so ein funkgerät ein mausegerät oder ja briefbeschwerer keine ahnung irgendwas was ganz gut aussieht auf jeden fall wir haben ja wieder diese typischen kubi stüchen mit diesen zapfen für die popos und wir haben hier als griffe oder lampen diese mercedes sternchen dann haben wir die türen wir haben hier noch etwas offen aber abgerundet schön gelöst hier da haben wir eine tür dann kommen wir in den raum wo wahrscheinlich alles stattgefunden hat weil wir haben hier papiere wir haben hier schöne lampen und auch wieder hier diese griffe blaue sitze und dann hinten hier auch wieder ein weiterer büro bereich und dann haben wir hier auch wieder eine tür die wir aufmachen können und auch die türen zum das muss ich noch mal kurz gucken wie ich zeige so zum abteil durchgang können wir auch aufmachen dafür müsste ich nur einmal damit es wirklich sinn macht hier hinten das teil auch abnehmen das ist aber nicht zum abnehmen gedacht so richtig aber ich zeige es euch und dann können wir hier auch noch mal reinschauen und dann seht ihr hier dass wir hier türen haben und da türen also wir kommen wir wirklich vom abteil durchgang dann in diesen bereich rein und habe mich hier den durchgang das finde ich wirklich gut gelöst richtig realistisch und hier auch aber hier ist ein bisschen schwieriger hier klemmt kobe zu gut da und dann auch auf der anderen seite spiegelt es sich genauso da ist der durchgang nur da gehen wir halt direkt in das abteil haben hier links und rechts weiß nicht dass die toiletten sein sollen oder wie auch immer bisschen hohlraum aber ich finde es ganz gut gelöst also ein ziemlich großer wagon wagen mit griffen mit knöpfen wir können natürlich ankoppeln an die normalen kubi lokomotiven auch wenn es ja von der zeit her nicht passt denn wir haben ja hier einen französischen wagon und die lokomotiven die wir bei kubi haben sind alle aus deutschland ja das war mein kleiner rent beziehungsweise mein kleines review hier zu diesem set beziehungsweise habe ich ja eigentlich mehr über kubi gerendet und das hat 6 289 weil es einfach nicht verstehe und auch nicht verstehen möchte oder kann wie gesagt ihr dürft das gerne anders sehen aber wenn man zwei sets wenn man es aus der warte betrachtet wenn man zwei sets verkauft mit einer höheren teileranzahl zum gleichen preis aber dann verstehe ich es nicht und natürlich könnte man sagen hey blogger bist du ja dumm du hast du das hätte kaufen mit den wenigsten steinen im vergleich ja aber ich wollte diesen geschichtlichen themen bereich mit euch beleuchten den anderen nicht den anderen vielleicht mal später irgendwann aber nicht dann mit dieser figur das ist meine persönliche entscheidung dürfte ich natürlich gerne anders sehen und akzeptiere ich auch klemmen und klemmen lassen leben und leben lassen und jeder darf da ja seine einstellung haben apropos einstellungen ihr bekommt jetzt noch mal ein paar einstellungen nämlich indem ihr detail fotos von diesen wagen bzw waggon bekommt und dann schauen wir uns zum abschluss noch einmal in die augen liebe freunde ich brauche einen eigenen bahnhof wie versprochen und immer an dieser stelle bekommt der detailbilder damit ihr euch selber ein eindruck vom kobe set 6 291 verschaffen könnt on top noch ergänzend ein paar fakten zur faktenzeit der erste weltkrieg endete offiziell am 11 november 1918 nach vier jahren grausamer kämpfe bei denen rund 17 millionen menschen ihr leben verloren war der krieg an der westfront festgefahren im herbst 1918 geriet die deutsche armee zunehmend unter druck die alliierten verstärkt durch die usa errangen entscheidende erfolge während die deutschen truppen erschöpft und die versorgungslage katastrophal war am 9 november 1918 dankte kaiser willem der zweite ab und die republik wurde in deutschland ausgerufen zwei tage später am morgen des 11 november unterzeichneten deutsche vertreter in wald von compagnie in frankreich das waffenstillstands abkommen mit den alliierten um 11 uhr trat der waffenstillstand in kraft das datum ist seither als armisties day bekannt die bedingungen des waffenstillstandes waren hart deutschland musste alle besetzten gebiete räumen darunter belgien frankreich und luxemburg es musste alle kriegsgefangenen der alliierten freilassen während die eigenen soldaten weiter in gefangenschaft blieben darüber hinaus mussten schwere waffen wie artillerie panzer flugzeuge und kriegsschiffe abgeliefert werden der rückzug deutscher truppen hinter den rhein und die besetzung des rheinlands durch alliierte truppen wurde ebenfalls angeordnet zudem verpflichtete sich deutschland zur zahlung von reparationsleistungen und akzeptierte weiterhin diese blockade die das land weiter schwächte dieser moment markierte das ende der kämpfe doch es war kein echter frieden der folgende versayer vertrag von 1919 mit seinen strengen bedingungen legte den grundstand für frieden aber auch für neue spannungen und daraus resultieren sind sich forscher heute einig auch den zweiten weltkrieg bis heute ist der 11 november ein tag des gedenkens an die opfer des ersten weltkrieges ein krieg der nicht zu unrecht bis heute als die ursünde des 20 jahrhunderts betitelt wird ja freunde da ist das video schneller zu ende als das dem lieben block star wieder gewahr wird dass wenn man kobi züge bzw die kobe trains serie sammeln möchte man platz braucht und auch ich brauche hier platz ich bin ein riesen fan dieser trains der lokomotive und der wagons ich habe sie eigentlich alle bis auf die upgrades wo zum beispiel nur ein signal noch erweitert wurde und ich freue mich auf die kommende br 3 stand november 2024 dieser waggon ist der hammer ich glaube für jeden zug fan gibt es eigentlich nichts besseres im klemmer stein bereich aber der preis plus die historische einordnung des schwester sets das gefällt mir gar nicht wenn ich darüber nachdenke dass wir bei der version mit der kritischen figur und das habe ich euch gerade schon gesagt das kommt mir nicht ins haus dass wir da mehr steine haben für den gleichen preis dass wir da diesen grauen stand noch extra haben für das set aus 1940 das verstehe ich nicht das hätte ich dann lieber hier bei diesem set gehabt kubi du kannst mir das gerne mal erklären warum ich finde das eine frechheit dass man mit einem historisch interessanter im set eigentlich auch noch bestraft wird wenn man sich dafür entscheidet weil man weniger steine bekommt sowie figuren die viel besser sind als die die im anderen set sind weil sie einfach finde ich ein geschmeckler haben schreibt mir eure meinung in die kommentare und ich weiß das ist sehr ambivalent meine meinung weil man kann bei jeder kubi figur die vielleicht in einem tigerpanzer sitzt oder in einem flugzeug sitzt immer sagen das ist gefährlich aber bei dem schwester set der 6289 haben wir halt nun mal einen richtigen verbrecher der auch so abgeurteilt wurde und das finde ich nicht gut wie gesagt meine meinung jacht mich nicht ich auch nicht euch wenn ihr eine andere habt aber ich würde sie gerne wissen deswegen lasst mich das gerne in den kommentaren wissen und ja kommen wir zurück zum anfang dieses endes ich brauche platz ich bin gespannt wo ich diesen waggon bzw diese lokomotive diesen kompletten zug jetzt hier hinstellen werde ich weiß das passt alles nicht aber ich wette da draußen gibt es einige die sich diesen wagen hier umbauen werden vielleicht mache ich das auch aber erst wenn der preis hier deutlich gefallen ist in diesem sinne bei einer lokomotive wünsche ich euch eine gute fahrt auf wieder bauen euer freund der blogs